UNTERTITELUNG Willkommen in Berlin. Unter jedem Pflasterstein hier in der Stadt ist ein Schatz verkragen. Das Besondere an dieser Stadt ist ihre Magie. Wann habe ich eigentlich aufgehört zu suchen? Kommst du oder kommst du? Hinter der Stahlplatte, da liegt der Schatz der Brüder Sass. Alles okay? Da ist Strom drauf. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich... Ich würde alles einmal richtig machen. Was hast du zu verlieren? Öffne dein Herz. Ohne Liebe wäre diese Stadt eine Wüste. Hier gibt es noch genügend Schätze und Geheimnisse, die auf uns warten. wurde offensicht mit dir nicht gefragt. Bis zum nächsten Mal. Ich habe歩